Musik Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren Virtual Reality Video Und zwar geht es heute um das Spiel Lucky's Tale Ein Third Person Jump'n'Run Wo man selber die Kamera ist, die um den Charakter rumfliegt Lucky's Tale ist, wenn ich mich nicht täusche, eins der allerersten Oculus Rift Spiele gewesen Und hier in meinem Video Also, ich habe euch ja gesagt, ich sitze noch an meinem Setup am Schreibtisch Und ich habe hier noch mit der Oculus ein paar Probleme, was das Aufnehmen angeht Es wird nochmal eine neue Version und alles geben, wenn der VR-Raum steht Und dann wird das auch alles besser und mit Facecam, so wie ihr euch das gewünscht hattet Da der Sound nicht optimal klingt, habe ich ihn jetzt in dem Fall weggelassen Hab Musik drunter gelegt und werde euch einfach ein bisschen was zu dem Spiel erzählen Es wird das Ganze noch einmal kommen und es wird nochmal ausführlich kommen Lucky's Tale, also dieses Third Person Jump'n'Run an sich Hat mich, glaube ich, so sehr geflasht wie schon lange kein anderes VR-Game mehr Nicht, weil es jetzt unglaublich komplex oder schwierig oder anspruchsvoll ist Sondern wegen der Kamera an sich Man ist in dieser Welt drinne und kann den Charakter mit den Controllern so steuern, wie man halt das bei jedem Jump'n'Run hat Nur, dass man halt die Kamera selber, ja, sich selber umschauen kann Man kann näher an den Fuchs rangehen, weiter weggehen, um Ecken gucken Also das hat mich schon echt geflasht und ja, wie ihr unten links sehen könnt und auch im Intro sehen könnt Handelt es sich immer noch um ein produktplatziertes Video, beziehungsweise um eine Kooperation mit der Oculus Und ihr findet den Link natürlich unten in der Videobeschreibung, ja, das kennen wir vom letzten Video schon Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei dem Projekt unterstützt Ich weiß, Ingame-Sound wäre schon geiler und das kann ich auch voll und ganz verstehen Ich möchte jetzt aber trotzdem erstmal die ersten Videos machen Und dann steigern wir uns noch ein bisschen und hauen dann noch mit Kamera und besserem Sound und besseren Settings später alles nochmal nach Also gebt mir ein bisschen die Chance, unterstützt mich dabei, wie gesagt, lasst gerne ein Like fürs Video da Klickt euch einfach mal durch den Link und schaut euch ein bisschen um Und jetzt genießen wir kurz ein paar Minuten Lucky's Tale Denn, ähm, wie gesagt, als Third-Person-Jump'n'Run war das einfach der Hammer Das wird im Video wieder nicht rüberkommen, das kann ich auch verstehen Wir haben jetzt unseren Monitor vor uns, ich kommentiere es ja auch gerade nochmal nach Und, ähm, auch für mich ist es jetzt, wenn ich das Ganze so sehe, nochmal was komplett anderes, als wenn ich die Brille auf dem Kopf habe Ähm, hier wiegt alles so ein bisschen, ja, verschwommen, schwach, nicht bestochen staf, keine Top-Auflösung Wenn du die Brille auf hast, ist das was ganz anderes Stellt euch einfach ein super neues Mario-Spiel vor und ihr seid mittendrin Ihr könnt euch 360 Grad umgucken und alles, was ihr, also egal wo ihr hinguckt, ihr seht etwas vom Level Ihr habt die komplette Kontrolle und ihr taucht richtig in so eine Welt ein Ähm, ich hatte bis dato ja schon viel Oculus und so weiter gespielt Und, ähm, ich hab eigentlich nur Shooter gespielt, wenn ich mich nicht täusche Und, ähm, hatte die Jump'n'Runs an sich gar nicht auf dem Schirm Aber wenn VR-Jump'n'Runs so werden und sich dann noch ein bisschen vielleicht weiterentwickeln Dann könnte das eins der stärksten Genres für die Brille sein Also, das ist jetzt erstmal so meine Meinung, ja Ähm, Shooter machen natürlich auch Unmengen an Spaß Also, mir hatte Robo Recall, was ich natürlich dann selbst unter demselben Link unten findet Auch super viel Spaß gemacht Ähm, aber das hat mich geflasht hier Also, das hat mich nochmal so ein bisschen gecatcht Obwohl das halt schon ein etwas älteres Oculus-Spiel ist Ähm, wie gesagt, beim nächsten Mal versuche ich mich dann auch nochmal hier wieder ein bisschen zu bessern Äh, in Form von, ähm, ja, Aufnahmesachen Aber das hatte ich ja gerade auch schon gesagt Ähm, hier bin ich mal ganz nah an meinen Monitor rangegangen Beziehungsweise so nah wie möglich nach vorne Und man kann Jetzt bin ich halt wieder, jetzt sitze ich wieder auf meinem Platz So auf dem Stuhl Und gerade war ich halt ganz nah rangegangen Und du hast halt die Möglichkeit, sofern halt die Kamerasensoren Deine Brille sozusagen tracken, dich frei zu bewegen Und, ähm, hier hat man Ach, genau, hier hat man dieses Teleporten beim Fortbewegen Nicht, weshalb das hier dieses Gefühl mehr erweckt In diese Welt eintauchen zu können Und, ja, das fand ich halt ziemlich stark Also, das ist schon ziemlich cool Und, ähm, ja, wenn jetzt Lucky's Tale Ich sag mal nicht so ein ganz simples Jump'n'Run ist Also man hüpft ein bisschen durch die Level, ne So wie man es halt von damals kennt Sammelt halt die ganzen Münzen und so weiter ein Besiegt die Gegner Und, ähm, ja, so hüpft man durch Wenn das jetzt noch ein klein bisschen anspruchsvoller oder sowas wäre Oder in einem Universum noch spielen würde Was ich ein bisschen besser kenne Dann hätte ich da einfach mega Bock drauf, das zu spielen Nur, wie gesagt, in so einem Video zweidimensional Kommt das halt einfach nicht so stark rüber Wie es zum Beispiel, äh, ja, wie es rüberkommt Auf jeden Fall, wenn man die Brille auf hat Deswegen versuche ich das irgendwann später Noch mal ein bisschen besser einfangen zu können Ich weiß noch nicht wie Ich hab mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt Wie man 3D-Videos hochlädt Dann könnte ich immer so eine 3D-Variante hochladen Für Leute, die ebenfalls eine Brille haben Ja, dass man immer die beide Möglichkeiten hat Ähm, aber damit hab ich mich noch nicht befasst Ja, auch das hab ich ja wieder mit den Controllern gespielt Wie ihr gesehen habt Also nicht mit einem, mit einem Xbox-Pad oder sowas Sondern mit den Oculus-Touch-Controllern Ähm, da immer wichtig, Leute, ja Die Schlaufe anhaben Deswegen hab ich auch jetzt mein Mikro wieder komplett zur Seite geräumt Ähm, ich hab schon Rick & Morty angespielt Wenn ihr das sehen wollt, lasst es mich gern wissen Ähm, nur da waren meine Abstände zu den Sensoren nicht perfekt Weshalb ich erstmal voll in meinen Monitor geschlagen hab Ähm, ja, deswegen, ne Immer die Schlaufen drum haben Ansonsten Ja, ihr seht hier halt ein bisschen die Umgebung Ähm, war das grad schon der Tunnel, wo ich durchgegangen bin? Ne, der Tunnel kommt noch Ähm, da bin ich durch den Tunnel gegangen Und hab erstmal so ganz sneaky Einfach rechts um die Ecke geguckt Was an sich totaler Schwachsinn ist Aber es ist halt geil, dass es funktioniert, weil Es ist hinter dir jetzt nicht einfach schwarz Also hinter dir ist halt auch Welt Du tauchst halt komplett in diese Welt ein Jetzt hab ich grad ein Geschenk eingesackt Du hast ein Geschenk gefunden Drücke Y im Bilderbuch, um deine Geschenke anzusehen Das Bilderbuch kommt immer zwischen den einzelnen Leveln Ich hatte hier nochmal geguckt, ob's da ist Aber, ähm, das hatte nicht ganz geklappt So, jetzt ein bisschen weiter gehen Und, ähm, ja Wie gesagt, so wie du deinen Kopf hältst, siehst du die Welt Das heißt, du kannst den Charakter unterschiedlich Oder unabhängig von der Kamera steuern Weshalb man immer so zwei Sachen gleichzeitig macht Wobei das eine halt Headtracking ist, ja Also, ähm, mit dem Controller steuert man Aber mit dem Kopf schaut man sich halt um Und, äh, so kannst du Du kannst nach vorne, ähm, gucken Also, was kommt als nächstes Guckst halt rechts direkt hin Obwohl du da noch gar nicht langlaufen konntest Du kannst dich nochmal umsehen Nach hinten schauen Und, wie gesagt, das hat mich gepackt Weil ich damit, da bin ich nicht von ausgegangen Ich hatte meine Oculus, ähm, das Hauptmenü offen Ich hab ein paar Spiele von der Oculus bekommen Ähm, also von Oculus bekommen Und dieses hatte ich ja schon Weil ich ja die Oculus mir halt auch damals Ja schon vorgestellt Ja, ihr wisst ja nicht, die Oculus ja auch schon länger hatte Ähm, das war das Spiel, das was dabei ist Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm gehabt Ich hab halt nur diese Liste durchgeguckt Hab dann Lucky's Tale gesehen Jump'n'Run Und hab mir gedacht, das könnte man auch mal machen Hier verfolge ich zum Beispiel gerade dieses Pendel Was mich hier in Anführungsstrichen attackieren würde Und, ja, das ist schon ein bisschen Ja, okay, es ist halt für euch ein bisschen shaky Sehe ich ja gerade auch Ja, es ist halt was ganz anderes Es ist so unglaublich smooth Wenn man selber durchschaut Ähm, und ich hatte Lucky's Tale halt nicht auf dem Schirm gehabt Und, wie gesagt, Jump'n'Runs Das Ding hat mich voll überzeugt Äh, vielleicht noch andere Jump'n'Runs zu spielen Ich weiß nur nicht, ob VR Jump'n'Runs Ob große Titel irgendwann mal auf VR umsteigen Ich glaube zwar eher nicht Was heißt umsteigen? Es würde mir ja schon reichen, wenn es zusätzlich eine VR-Version geben würde Also, ähm, Mario in diesem Stil zu spielen Ähm, wäre der Oberhammer Also, da bin ich ganz ehrlich Das würde ich so nice finden Aber, Lucky's Tale hat das Ganze schon gut umgesetzt Ich bin super auf die Zukunft gespannt Es hatten auch in den Kommentaren letztens schon Leute geschrieben Ja, gibt VR noch 5 bis 6 Jahre Dann ist das ausgereift und so weiter Ähm, es macht jetzt schon unendlich viel Spaß Ja, es ist noch umständlich Es ist noch ausbaufähig Und ich bin froh, dass ich den Spaß jetzt schon mitnehmen konnte Also, dass ich mir das jetzt mal anschauen konnte Ich bin da ja immer gerne vorne mit dabei Auch wenn es noch Probleme macht Ich weiß noch, an das Development Kit 1 und 2 Ähm, das war grausig Leute Was man da alles machen musste, um überhaupt spielen zu können Oder so, bis das dann mal wirklich geklappt hatte Da ist das jetzt schon ein Segen Von der Handhabung her Da eine kleine dicke Biene, die Stacheln auf mich schießt Der gibt's ja gar nicht So, und da hinten kommen wir auch schon zu dem Heißluftballon Das ist immer das Ende eines Levels Hier muss ich nochmal schnell die bunten Coins einsammeln Bevor die Zeit abgelaufen ist Und, ähm, ja, hier habe ich gerade nochmal die Chance gehabt Mich ein bisschen näher umzuschauen Da wollte ich, hätte ich mich eigentlich umdrehen müssen Weil hinter mir noch ein Gegner war Und ich hab gedacht, der schießt auf mich Und, ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade Dass ihr gerade die Musik nicht hören könnt Aber das werde ich nochmal ändern Das wird nochmal kommen Auch Robo Recall wird nochmal kommen Ich versuche irgendwie Oculus oder VR Neben den Platzierungen Ich wollte es jetzt auch auf Englisch sagen Ähm, vielleicht einen Bestandteil des Kanals zu machen Also wir werden uns noch ein Spiel anschauen Ähm, in Kooperation mit der Oculus Und ich hatte ja auch schon welche so vorher gemacht Und ich hoffe, dass ich VR irgendwie unterbringen kann Ähm, vielleicht auch mal Multiplayer-VR Es gibt übrigens auch Werwölfe in VR oder Sonstiges Ähm, in Zukunft Bin ich sehr gespannt Ähm, ich würde mich super freuen Wenn ihr trotz meiner anfänglichen Oder meiner Sound-Probleme Trotz ein Like für das Video da lasst Und euch einfach mal unten auf dem Link umschaut Ich weiß, es ist ein teurer Spaß Ja, aber wenn man sich sowas leisten kann Oder sowas mal experimentieren Äh, sich anschauen möchte Kann sich das Ganze natürlich gerne geben Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend Ich hoffe, ihr genießt die Videos Ähm, ja, lasst gerne euren Supporter Bis zum nächsten Mal Macht's gut, ciao! Outro Untertitelung des ZDF, 2020